Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde GTA San Andreas. Ja, mit mir dabei ist natürlich wie immer der gute CJ. So, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ja, wir haben ein bisschen Haare versucht zu schneiden und uns dann doch gelassen. Wir haben einen Bandenkrieg gewonnen und unsere Telefonklingel. Kleinen Moment, ich muss mal kurz rangehen. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? Uh, I don't know, man. I have some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now then. So, ich muss, ich stelle gerade fest, ich muss noch kurz was einstellen, aber... Seid ihr auch mal dabei? Hier, Steuerung. Ne, die Steuerung. Quatsch. Anzeige. Das war's hier. Das wollte ich alles wieder einstellen. Mit Untertitel ist es doch einfacher, dem Ganzen zu folgen. So, wir können zur OG-Logue rüber. But I ain't no snitch. House party. Yeah, yeah, yeah. It's your man OG, Loke in the house, baby. And I'm gonna drop it down for all my real gangsta niggas. All my gangsta bitches. Speaking about gangsta. Look at my man CJ right there. CJ, what's going on? Dr. Motherfuckin' Mike was broke. Hey, hey, what's up, homie? What's up, brother? See, all the homies in the back, man. Away from this wacky news. Man, I feel you. Come on. Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done and I ain't, huh? Let's start him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right there. Looks like we back them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Yeah. Damn, man. I'll go get us some more backup. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Da bin ich jetzt mal gespannt. Big Fight und so. So. Genau, blockiert ihr mal die Straße und ich schieße dann. So oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe eine neue Waffe gekriegt in so viel. Ah, okay, das ist was. Das passiert, wenn man es länger nicht spielt. Und man kann nicht mehr zielen. Hörst du auch mit schießen? So. Da schießt da einer auf mich. Wo kommst du denn jetzt her? Du bist auch gleich. Jawohl. So. Zieh aus. Oh oh. Eins. Zwei. Drei. Hier. Och komm schon. Ist jetzt ein schlechter Witz. Ja, ich sieh's. Alter. Da hinten ist noch einer hinter dir. Man. Dreh ich halt mal um. Da unten ist es. So. Haben wir es jetzt. Drei. Drei. Ja. Sooo Zack So, gehen wir nochmal zu Sweet Hey, look, we gotta go do something real good What's happening, Nilo? What up, kid folks? Put Growl Street on the map for good For life Alright, nigga Let's roll Let's roll So We don't need some allies Will heißen, wir sind auch nicht besser als, äh, unsere Gegner Ist auch schön So Mit Recht haben wir aus der Taste anvisieren, G oder H Äh, ja, G Hey So sieht's aus Noch einer? Na, guck mich an Ich glaube, ich würde da nicht mitfahren, wenn ich einen auf die Fresse kriege oder einen Würfel Komm, steig ein Aber okay Sei es drum So, wir müssen jetzt Entschuldigung So, wir müssen jetzt gucken, dass wir auch rechtzeitig dort ankommen Das ist die Zeit da oben Na, tut mir leid, lieber Radfahrer Das war, du lagst auf meinem Weg So, ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es da hingeht, aber ganz ehrlich Äh, ich 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 bin ja ein total guter Autofahrer Virtuell zumindest Ist sehr gut Ganz ruhig, ganz ruhig Ähm, dementsprechend dann könnt ihr nochmal schießen Da will jetzt keiner, oder was? Oder war ich zu schnell? Ähm, ja ich glaube die Zeit sollte trotzdem locker reichen Denn, naja, ich bin ja ein total verkehrssicherer Autofahrer Ja Und, ähm, man kann sich mit mir auch total wohlfühlen im Auto Also so mit den Gangmitgliedern und so Ähm, ja dann Hier, weißt du, Los Santos, da ist auch nichts los auf den Straßen Ich hab gedacht, ich, 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 ich rede nur Blödsinn Nein, ich fahr auch völlig blödsinnig Aber egal, wir sollten trotzdem rechtzeitig ankommen Das war das, was ich eigentlich nur sagen wollte Mein Gott Zehn, siebzig Sätze nur für eine Aussage ist auch So bin ich halt, ne? Egal, so Der gute CJ und seine Kollegen So, da vorne ist es nämlich auch schon Wir haben es ja schon geschafft Ich weiß bloß nicht, ob wir das jetzt auch noch überleben, denn ich bin ja, wie man Vorher gesehen hat, auch nicht der beste Schütze Warum mach ich eigentlich dieses Let's Play Aus Lust und Laune Das ist es Das Spiel sollte mittlerweile eh, naja, nicht jeder kennen vielleicht, aber zumindest die Serie Von dem her geht's jetzt hier auch nicht nur um irgendwelche, ich muss es perfekt durchspielen und so So, ich hab einfach gern ein bisschen Spaß bei GTA Ja Y'all take a position and wait for K Äh, okay H Position zu bleiben, G zum folgen Okay, G oder H gedrückt halten, dann zerstreut sich das Team Kriegen wir hin Vielleicht Vielleicht Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie am besten positioniere, aber hey Längst dann selber mitlaufen, oder? Und einfach mit Sooo Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich Oh yeah, that's right, I'm just a more Oh Jetzt haben wir alle die Polizei am hacken, ist auch schön Wo schießen die denn jetzt her, von hier? So So Oh oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin Oh Verdammt Ja, aber das kommt immer mal wieder vor Jetzt haben wir leider auch keine Waffe mehr Und kein Auto, was soll denn, was ist denn hier los? Mensch So Das heißt, wir fahren jetzt erstmal zum Zum Waffengeschäft Was war das denn gerade? Ist er denn grad wirklich reingefahren? Scheint so So Ich glaube, wir können uns gar nicht so viel leisten Naja, egal Was soll's So sieht's aus Äh, ich brauche Ich kann ja mal in Ruhe da hinten hier, weißt du Ich kann ja mal in Ruhe da hinten hier, weißt du Ich kann ja mal in Ruhe, äh, äh, schießen lassen Okay, das brauchen wir nicht Warte, wir bräuchten es zwar, wir können uns das nicht leisten So, von dem hier Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht leisten können Ja doch Wise choice, Sir, wise choice Boah, das reicht nicht weit, ne Naja, ich bin gespannt Pistolen Was kostet die? Pfff Pfff Okay, damit die aber auch nicht viel günstiger seien Aber ich glaube Ich hab noch ne Idee Ja, danke, war schön bei Ihnen Ich geh jetzt Kein Wort, verstanden Boah, ist voll laut, ah, haha So, wir fahren nämlich jetzt nochmal zu unserem hier, äh, Waffenhändler des Vertrauens Wo auch immer der nochmal war Wir schauen gleich nochmal auf der Karte Karte, Karte So, bitte mal die Legende ausblenden Vielen Dank So, wo muss ich hin? Hier runter Hier runter, hier runter, aber das seh ich wahrscheinlich von hier auch nicht wirklich Naja, zumindest ne Tendenz Ja Worüber könnten wir denn noch Schönes reden? Wie fahrt ihr denn Auto? Könnt ihr überhaupt schon Auto fahren? Ist ja mal die nächste Frage Habt ihr den Führerschein? Ähm Denn, äh, nachdem ich mit Anno ja das ein oder andere Let's Play gemacht habe Und wir da festgestellt haben, dass er gar keinen Führerschein hat Wo ich sehr überrascht war Aber, ja, teilweise braucht man das ja auch gar nicht Weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch, wohnt auch in einer größeren Stadt, wo man das nicht braucht Ich lebe jetzt auch in einer größeren Stadt zumindest, aber, ähm, bin trotzdem froh, dass ich ihn gemacht habe Und wer weiß Vielleicht hattet ihr ja auch keinen Bock, einen Führerschein zu machen Kannst euch auch sein Gibt ja so viele Gründe, warum man nicht, äh, Auto fahren möchte, oder Ja, vielleicht war er auch einfach zu teuer Kann ja auch sein Ja, ähm, ich fahr, ich hab's zwar schon ein paar Mal jetzt gesagt, aber ich fahr tatsächlich, äh, nicht virtuell besser Auto Denn, so sah ein Auto bei mir noch nie aus Nur, einfach so informell, ne So, verdammt Aber von hier kommen wir, glaube ich, auch noch rein, ne So, sehen wir gleich Das ist so geil, der Verkehr hier Hilfe Genau Hub halt noch So, aber hier sollte eigentlich, ja genau, hier liegt nämlich immer eine Waffe rum Die wir zumindest, ja, 16 Schuss können wir wenigstens einsammeln Es ist besser als nichts Würde ich jetzt mal sagen Es ist nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte, aber Es geht, es geht, es geht Ja, du hast mich hier grad schon genervt Selber schuld Wer mir hier im Weg rum steht Hat es nicht besser verdient Ja, Entschuldigung Das geilste ist, my core Ja, ist zwar nicht seine, aber hey, kann ja mal vorkommen So, ich würd sagen, wir probieren's nochmal Und wenn ihr die Aufträge kennt, dürft ihr mir auch gerne sagen, wenn ihr wisst, okay, der kommt Demnächst als nächstes, äh, mach mal den, oder so So, ich muss mich ganz kurz von ihr lösen Ich wollt mich zumindest kurz mal von ihm lösen So Oh, ich hör ihn schon wieder Ich hoffe, es hat gereicht, um ihn abzulenken Scheint so So Wilde Kameraführung, aber dann können wir hier noch ein bisschen Geld sammeln Geh du von mir weg, weißt du Wer war denn zuerst hier So, das kennen wir ja schon, deshalb überspringe ich das jetzt mal Ach nee Ach nee So, du kommst mit Würdest du gern mit mir zusammenrollen Homie, let's rollen on some Busters Haben wir hier nochmal So ein mehr wäre schon auch noch toll, ne? Aber Ich fürchte, nee Ja gut, ich glaub, ist das nicht eh schon voll, das Auto dann? Ja Äh, wo sind die jetzt hin? Achso Sie sind mir hinterhergelaufen die ganze Zeit natürlich, klar So, bitte einsteigen und Gas Wir gehen nach hinten und nach hinten und über die Wand Kain Ist das Kind der Frontjahr-Royalty? Ja, also wenn es ein bisschen Probleme gibt, dann ist er kein Problem So Auch diese Strecke kennt ihr schon Und trotzdem werde ich euch jetzt einfach Mit dem Mit meinen Fahrkünsten hier, äh, wieder die Strecke durchzupacen Da ist, schieß, schieß Da hat er es wieder verpasst, der Junge Das ist nicht Naja, was soll ich sagen So, ähm Ich hab auch warm hier geschickt Okay Ähm Wir waren mal im Auto fahren, ne? Ja Denn eigentlich fahr ich kein Auto, aber ich besitze keins So ist es Denn, äh, hier in Stuttgart braucht man eigentlich kein Auto Also, es schadet sicher nicht, aber ich Kann und will es mir auch gerade nicht leisten Ähm Denn, zumindest mit der Stadtbahn kommt man fast überall hin Oder sonst notfalls noch Bus oder sowas Es geht ganz gut Früher habe ich auch auf dem Dorf gewohnt Da ist es schon auch eher so eine Äh, hm Ist schon eher gefährlich Beziehungsweise schwierig manchmal Weil da die Busse ein bisschen unregelmäßig fahren Von dem her Kann ich das dann schon verstehen Dass da die Dichte ein bisschen höher ist Wobei hier in der Stadt haben wir auch total viele ein Auto Aber gerade Stuttgart geht glaube ich sogar als irgendwie Die daureichste Stadt oder so Also Weiß auch nicht, ob ich da mit dem Auto unbedingt hin wollte Aber dazu später mehr Jetzt versuchen wir erstmal in Würde zu sterben Ey 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 Ihr wisst Bescheid, ich will den Auftrag jetzt hier mal schaffen Endlich So So Bewirrsch in ihrem Kopf Ihr nehmen euch auf der Bedeutung und warten für Kaine Alles klar So, Kaine wäre er schon Dürfen wir jetzt laufen, bitte? Hallo? Ja, ja. Auch das habe ich schon gesehen. Ich weiß. Alles klar. Hat mich nicht getroffen. Hat mich nicht getroffen. Der mich leider schon. Aber es geht noch. Den habe ich nicht getroffen. So. Wo ist der Kain? Es muss hier irgendwo sein, oder? Ah, da. Verdammt. Es gibt doch nichts. Ja. Ich würde sagen, ich probiere das selber nochmal weiter und schneide dann den Schluss dann hinten dran, wenn ich ihn endlich drauf habe. Also, wir sehen uns gleich nochmal. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ich hoffe, ich gehe nicht noch drauf. Ich steige in das Auto und fahre mit Sweet nach Hause. Das klingt doch super. Haben wir es doch noch geschafft. Das nehmen wir jetzt gerade eben noch mit so. Wollte gerade sagen, Geist, schreibt mal alle ein. Kann ja so spätig sein. Es ist ja nur zwei Polizei hinter uns hier. Mit Polizeischutz total einfach, glaube ich. Aber egal. Das schaffen wir schon. Och, wie süß. Ist der gerade schön an uns vorbeigefahren oder ist der nicht gerade schön an uns vorbeigefahren? Ich fand es toll. So. Jetzt muss ich mich ein klein bisschen konzentrieren, damit wir wenigstens in einem Stück ankommen. Sprach er und... Wie lange musst du schießen, dass du ihn triffst? Mensch. Da war noch ein Motorrad-Cop hinter uns an der Backe. Ist auch nicht super Idee. Na gut, wir sind ja gleich wieder hier am... Wow, 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 wow. Okay. So, kann die Polizei jetzt bitte mal vorbei sein hier? Es ist eh schon schwierig genug, wenn man so fährt wie ich. Hallo, Polizeinamt. Was denn? Das sagt er. Er hat mich gehittet. Wie auch immer, wir sind ja demnächst da. Zumindest hoffe ich das. Also, dann kann es nicht mehr dauern. So, einmal hier noch rüber. So. Hoppa. Ach ja. Habe ich es doch noch geschafft. Ich habe gar nicht so oft probiert, gebe ich ehrlich zu. Es ist nicht das erste Mal, das gebe ich zu. Aber... Naja. Ich wollte euch einfach diese... Zehnmal der gleiche Fail ist irgendwann mal auch nicht mehr lustig. Deshalb... Habe ich gedacht, ich mache ihn nur einmal. So. Oder zweimal war es, glaube ich, jetzt schlussendlich. Sie war eine Forse da hinten. Everybody geht nach Hause. Bleibt hoch. Wir haben uns nicht alle anderen jeden Tag gesehen. Copy? Ich sehe dich später, Carl. So, aber mit diesen Worten und diesem super Wetter und der Polizei, die uns jetzt aber mittlerweile gar nicht mehr sucht, gebe ich ab und sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.